Guten Tag, zuerst bedanke ich mich bei Dina und Christian, herzlich, herzlich bedankt, und dem Verein Lichtgücker, die uns wieder eingeladen haben und die sich für die Kinderhilfe engagieren. Und ich möchte natürlich auch Sie herzlich begrüßen und Ihnen für Ihr Kommen. Danke. Ich repräsentiere die gemeinnützige Organisation ohne Gewinnabsicht Funima International und Giorgio Bon Giovanni ist Gründer und Anreger dieser großartigen Einsatz zugunsten von Kindern im Not weltweit. Für Funima stehen Kinderrechte bereits seit mehr als elf Jahren im Mittelpunkt. Durch die Projekte von Funima International versuchen wir das Leben von Kindern sofort und dauerhaft zu verbessern. Unser Schwerpunkt liegt auf Ernährung, medizinische Basisversorgung und Bildung. Ihr in Österreich hat Funima International viele, viele Unterstützer. Und dank den vielen Spenden haben wir vielen Kindern im Laufe des Jahres geholfen und deren Lebensbedingungen verbessert. Wir arbeiten in Südamerika, absichtlich in Paraguay, Argentinien und Uruguay. Durch ihre Spenden haben wir das ILS-Projekt für Strassenkinder Hijos del Sol unterstützen können. Dabei handelt es sich um ein Target-Zentrum im Stadtzentrum von Asunción, die Hauptstadt Paraguay. Asunción ist eine typisch südamerikanische Metropole mit extremen Unterschieden zwischen Armen und Reichen, Slums in den Außenbezirken, Kriminalität und Verwahrlosungen. Wenn man durch Asunción fährt, fällt sofort auf, wie viele Kinder auf der Straße leben. Das Leben auf der Straße bedeutet, ständig unter Spannung zu stehen. Strassenkinder haben keinen geschützten Raum, wo sie sich ausrühren können. Sie sind der Gewalt, den Drogen, der Kriminalität und der Willkür von Erwachsenen ausgesetzt. Kaum ein Strassenkind geht in die Schule und wird regelmäßig medizinisch versorgt. Das ist unser Tageszentrum Hijos del Sol in Asunción. Das Tageszentrum stellt daher eine kleine Alternative für sie dar, einen Ausweg aus dem Leben auf der Straße. Dank dem Projekt Hijos del Sol kann man diese Kinder mit einer warmen Mahlzeit versorgen. Es wird auch für ärztliche Betreuung und Bildung gesorgt, um ihnen bessere Chancen zu bieten. 2016 hat Hijos del Sol um mehr als 300 Strassenkinder gekümmert mit vielen ambulanten Behandlungen. Im Durchschnitt werden täglich 50 Personen, absetzlich Kinder natürlich, von Zentrum betreut, wo unsere Freiwilligen Oma und Hilda arbeiten. Wie Giovanni, Pierre Giorgio, zeigt in unseren Fotos, 2016 haben wir auch das Dach des Zentrums wieder aufgebaut, einen Behandlungsstuhl gekauft für zahnärztliche Behandlungen und vor ein paar Wochen haben wir auch neue Stühle für die Kantine gekauft. Sie sind nur Beispiele für unsere Arbeit. Ich weiß, dass FUNIMA wie ein Tropfen im Ozean ist, aber nur gemeinsam können wir diesen Kindern eine Zukunft schenken. Jeder ist natürlich ärztlich eingeladen, mitzuhelfen. Für weitere Auskünfte finden mich und Sonja am Stande. Danke für ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen eine interessante Konferenz und viele Freunde zu hören. Danke. Buonasera a tutti. Guten Abend an allen. Guten Abend allen, allen, die hier sind. Volume. Okay. Laut genug. Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder hier sein darf mit euch. Wir waren auch das letzte Jahr hier. Und es ist wirklich sehr schön, hier zu sein, um über wichtige Sachen zu sprechen. Ich bedanke mich bei Dina und Christian und der ganzen Organisation. La gentilissima Claudia, die uns als assistente ist. Die freundliche Liebe Claudia, die uns assistiert. Der Titel der Konferenz, den kann man hier sehen. Ha come soggetto la profezia di Fatima. Hat als Thema die profeziierung von Fatima. Quest'anno scadono esattamente i cento anni dalle apparizioni di Fatima. Heute ist es hundert Jahre her, seit der Erscheinung in Fatima. Wir haben die Ehre, eine Persönlichkeit hier zu haben, der mit der Erscheinung in Fatima direkt verbunden ist. Das ist Giorgio Bon Giovanni. Giorgio Bon Giovanni hatte seine Erfahrungen in Fatima am 2. September 1989 er bekam die Stigmata und auch eine sehr wichtige Botschaft für die ganze Menschheit. In diesem Messagio, die der Sante Vergine, die uns, die Giorgio hat, durch Giorgio, in dieser Botschaft, die uns der Himmel gab, an Giorgio Bon Giovanni gab, c'è eine profezia, die nicht gewählte, die Teil von Fatima ist. gibt es eine Prophezeiung, die unbekannt war, was das Geheimnis von Fatima betrifft. Una vera Rivelazione. Eine wirkliche Enthüllung. Und zwar, dass der Kosmos von anderen Wesen, intelligenten Wesen bewohnt ist. Und diese Zivilisationen haben unsere Gesellschaft, unsere Welt besucht. Denn dies ist die Zeit der Rückkehr Christi auf die Erde. Und die Jungfrau Maria hat Giorgio erklärt, dass diese reine Wesen, hochentwickelte Wesen, die aus dem Kosmos kommen, sind die Angeli di ieri. Es sind die Engel von gestern. Es sind die Wesen, die im Alten und Neuen Testament beschrieben sind. Und ihre Präsenz auf unserer Erde in diesem Moment hat eine messianische Bedeutung. Sie sind hier und sie sind Teil des Projekts, um uns auf das zweite Kommen Christi vorzubereiten. Ihre Anwesenheit ist eine messianische Botschaft. Die Mutter Gottes offenbart auch an Giorgio, dass im Text, den sie in Fatima gemacht hat im Jahre 1917, in diesem Text hat sie über dies gesprochen. Aber diese Prophezeiung wurde versteckt. Und sie möchte, dass Giorgio diese offenbart. Das ist der Satz, der herausgenommen wurde von der Prophezeiung von Fatima. Und in dieser Zeit, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Esseri kosmischi verranno da lontani lidi dell'Universo nel nome di Dio. Die kosmischen Wesen kommen aus fernen Orten des Universums im Namen Gottes. Questa data è molto importante. Dieses datum ist sehr wichtig. Seconda metà del XX secolo. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Perché esattamente nella seconda metà del XX secolo nasce l'Ufologia moderna. Denn gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommt die Ufologie auf die Forschung und das Interesse für die Ufologie. Infatti abbiamo due Eventi molto importanti. Wir haben zwei sehr wichtige Ereignisse die im Jahre 1946 1947 vorfallen. Il primo è un avvistamento che ha questo pilota civile Kenneth Arnold. Il primo Evento è questo che ha das erste Ereignisse hat die erste Sichtung von diesen Flugkörpern hat dieser pilota namens Kenneth Arnold. Il 24 giugno del 1947 24 Juni 1947 Lui dal suo aereo ha vista nove dischi volanti che avevano questa forma volare sopra il monte Rainier nello stato di Washington la cosa stupefacente non era tanto la forma o la velocità straordinaria che avevano gli oggetti ma il modo con cui volavano volavano come quando tiriamo una pietra piatta sopra l'acqua si flog genauso come se flac stai über il water e so questo stai immer wieder spruge in bogen form 15 giorni dopo accade un altro evento molto importante l'8 luglio del 1947 esce questo dispaccio della base militare di Roswell da questi due eventi nasce l'ufologia moderna noi conosciamo il cosiddetto testo diplomatico del terzo segreto di Fatima che fu rivelato nel 1963 da un giornale di Stoccarda che fu rivelato nel 1963 da un giornale veröffentlicht in questo testo non parla della visita extraterrestre un testo che fu mandato dal Vaticano in quell'epoca questo testo fu mandato dal Vaticano all'Inghilterra agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica England USA Russland e questo testo perché si temeva con la crisi di Cuba lo scoppio di una guerra mondiale nucleare perché c'era la c'era crisi hielt diese Krise auf bevor es sehr gefährlich wurde. Denn im diplomatischen Text des Geheimnisses von Fatima die Prophezeit die Jungfrau Maria dass die zukünftige Gefahr auf der Welt die Nuklearwaffen sind. Und die moderne Ufologie entsteht gerade aus aus dem Erreignis dass Amerika die Atombombe abwarf über Hiroshima und Nagasaki. Infatti l'incidente di Roosevelt accade nel luogo dove in quel momento der Unfall von Roswell geschah gerade genau in diesem Moment. Dove c'era l'unico aeroporto in tutto il mondo da cui potevano partire e atterrare i bombardieri nucleari. wo wo im einzigen Flug Platz der Erde die atom beladenen Flugzeuge starteten abflogen und starteten. Also die Anwesendheit dieser Wesen ist hier Nicht nur um zu verkünden dass die Zeit des Wiederkommens Christi sehr nahe ist aber auch um die Menschheit daran zu hindern dass sie sich selbst zerstört mittels einem nukleärkrieg. Nel 2011 esce questo incredibile viene aperta questo incredibile sito web. Im Jahr 2011 kommt dieser unglaubliche Webseite in die Öffentlichkeit è un Webseite della FBI americana dove vengono pubblicati migliaia di documenti che prima erano segreti ne vengono trovati oltre 200 che parlano di UFO ed extraterrestri c'è questo documento però molto molto importante che è scritto da un scienziato importante americano che in nove punti descrive la visita extraterrestre come è possibile che solo 15 giorni dopo il 24 giugno 1947 già gli scienziati americani e i militari americani sapevano tutto della visita extraterrestre che questo lo abbiamo scoperto da poco perché l'8 luglio 1947 lo ripeto Kenneth Arnold aveva avuto l'avvistamento solo da 15 giorni das Kenneth Arnold aveva avuto l'avvistamento di die sichtung erst vor 15 tagen hatte grazie a un ex pilota militare francese abbiamo delle lettere che il generale Marshall scriveva nel 1941 al presidente americano Roosevelt dicendogli che avevano recuperato due navicelle extraterrestri vicino a Los Angeles nel 1942 che er due abgesturzte flugkörper gefunden wurden nel 1947 quindi da cinque anni l'America aveva una commissione di studio segreta sugli UFO da cinque anni l'America aveva una commissione segreta una geheim commission über diese außerirdischen besuche sugli UFO quindi in cinque anni gli americani avevano scoperto tutto e ancora oggi ci tengono tutto nascosto possediamo i documenti originali di quell'epoca vi besitzen di original documente copien von diesen original documenten von dieser zeit in documento in questi nove punti ci spiegato tutto sono uguali a noi gli extraterrestri vengono vengono altri pianeti hanno una tecnologia molto più avanzata di noi di hanno anche con le nostre arm più avanzate non gli si può fare nulla ai dischi volanti non possono essere danneggiati anche con le super waffen non hanno niente an ma soprattutto c'è il punto 2 molto molto importante la loro missione è di pace loro vengono sul nostro pianeta per riparare ai disastri provocati dall'uomo quindi in un modo scientifico o militare troviamo confermata quella profezia della Santa Vergine quindi dal 1947 ad oggi la visita extraterrestre ha compiuto tantissime cose per aiutarci hanno di außerirdischi besuche sehr viel es vollbracht um uns zu helfen i documenti militari lo provano di di militare documenti bestätigen dies hanno impedito varie volte lo scoppio di una guerra nukleare nukleare hanno schon mehrmals einen ausbruch eines nuklearen Krieges verhindert sono state disattivate intere basi atomiche sia russe che americane ma il potere non vuole che noi sappiamo perché sicuramente sceglieremmo il loro sistema di vita piuttosto che quello che abbiamo oggi che è un sistema basato sulla giustizia sulla fratellanza sull'amore e anche loro hanno conosciuto il Cristo che loro stessi dicono è il re dell'universo quindi il cristianesimo non solo è terrestre ma è cosmico una bella notizia una bella notizia per questo nell'esperienza di veggente di Giorgio Bon Giovanni c'è c'è questa perché 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 extraterrestri sono nel nostro mondo questo è questo è che gli esseri Ich erwarte natürlich nicht, dass mir alle glauben, denn die Wahrheit ist eine persönliche Realisierung. Ich wusste nichts von all dem. Ich begann zu forschen und jetzt kenne ich persönlich die Wahrheit. Das müssen wir alle tun, denn die Wahrheit bedeutet so, als ob wir etwas essen, etwas zu uns einnehmen. Ich kann nicht den Geschmack kennen, den ein anderer Mensch, ein anderer Mund aufnimmt. Ich muss das selbst essen, ich muss es mit meinem Mund speisen. Gut. Gut, gut, ja. Perciò, ich kann nur Ihnen zeigen, die Daten, damit kann ich Ihnen nur Daten zeigen, aufzeigen, und über das Thema nachdenken, reflektieren über das Thema und mittels Studium und Forschung einen persönlichen Beweis der Wahrheit zu finden. Das ist das Motiv und der Grund meiner Arbeit, das ich selbst mache. Mostrare e spiegare quello che ci viene nascosto a noi popolo. Zeigen und erklären das, was unserem Volk gezeigt, gebracht wird, geheim gehalten wird. Allora, questi filmati, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, sind alle von Militärs gemacht worden. Mit speziellen infrarot-cameras. Perché a volte questi oggetti sono invisibili all'occhio nudo. Denn manchmal sind diese objekte unsichtbar den Augen, unseren Augen. Ma con telecamere speciali possono essere filmati. Aber mit speziellen cameras können sie gefilmt werden. Questo ist ein Filmato vom 13 April 2013. E' ein Film vom 13 April 2013. E' ein Flugzeug vom Porto Rico. E' ein Flugzeug vom Regierungen Porto Ricos. Ed avviene l'avvistamento vicino all'aeroporto di Aguadilla. Und die Sichtung war in der Nähe vom Flughafen von Aguadilla. Con questa telecamere speciale militare all'infrarosso. Mit dieser speziellen infrarot-camera vom Militär. Ecco l'oggetto. Hier das Objekt. E' molto veloce. Sehr schnell. I piloti dell'aereo lo vedono. I piloti des Flugzeuges sehen sie. E iniziano subito a filmarlo. Und beginnen sofort es zu filmen. Perché la sua natura è diversa da quelli dei nostri mezzi volanti. Cioè non è né un aereo né un elicottero. Oggi esistono molti filmati ufficiali di questi oggetti. Es gibt heute sehr viele offizielle filme von diesen objekten, Flugobjekten. Rilasciati da istituti militari. Von Militärinstituten freigegeben. Ma il grande pubblico non li conosce. Vedete quanti dati fornisce la telecamera militare. Sehen sie hier wie viele dati die Militärkamera zeigt. Sono telecamere molto avanzate. Es sind sehr hochentwickelte Kameras. Un altro filmato dell'11 novembre 2014 è stato filmato da un elicottero wurde von einem helicotter gefilmt aus einem helicotter gefilmt della Marina Militare del Cile der Militär Marine von Cile ed è stato rilasciato da una organizzazione militare di studio sugli UFO del Cile. che si chiama CEFA quindi è un documento ufficiale del governo cileno. Es ist in der Nähe der Pazifischen Küste e viene inquadrato dalla telecamera infrarossi questo stranissimo oggetto und hier die infrarot camera zeigt hier dieses eigenartige objekt. Nella frequenza dell'infrarosso non si vede bene la forma reale in der infrarot frequenz sieht man nicht ganz genau die wirkliche form perché l'infrarosso vede soprattutto il calore denn die infrarot camera sieht vor allem die die wärme strahlung in questo caso l'oggetto è visibile anche occhio nudo in diesem fall ist das objekt auch mit freiem auge sichtbar però con la camera all'infrarosso si vede più chiaro aber mit der infrarot camera sieht man sieht man es etwas deutlicher è stato studiato per due anni il filmato dai militari da dieser film wurde zwei Jahre lang studiato militär e quando il cefa l'ha rilasciato ha affermato che è un oggetto anomalo cioè non è un oggetto comune terrestre ha si bestätigt dass es un außer gewöhnlich objekt è non irrische objekt a un certo punto rilascia una specie di nuvola di scia non si sa che cosa sia quindi diciamo una caratteristica ancora più strana è come se ha rilasciato qualcosa che conteneva al ob es etwas abgelassen hat etwas besonder consistenz etwas ganz besonderes adesso vediamo due foto dove vediamo bene che l'oggetto in realtà sono due sfere con una specie di campo energetico non sappiamo cosa sia che le circonda med una art energetico che si umgibt questa è un'altra foto elaborata al computer dove vediamo sempre che sono due specie di sfere vicine il terzo filmato è del 16 settembre 2016 stesso tipo di telecamera all'infrarosso in questo caso un video della polizia inglese in polizia qui l'oggetto è molto più simile al classico disco volante solo che invece di essere messo in immagini quindi abbiamo tre filmati straordinari molto recenti da istituzioni ufficiali non credo che i piloti o poliziotti fossero ubriachi bene siccome il tempo non è abbastanza breve adesso passiamo a due o tre filmati del caso più importante al mondo in questo momento di persone che filmano con frequenza i dischi volanti e sono Antonio Urzi e Simona Sibilla sono marito e moglie e tutte e due vivono questa straordinaria esperienza di avvistare con molta frequenza gli UFO allora c'è un filmato che ho fatto vedere anche l'anno scorso però è un classico perché l'abbiamo fatto analizzare anche in molte nazioni anche negli Stati Uniti dal famoso esperto Jim Dilettoso che è ritenuto una delle massime autorità in questo settore è audio dal computer per favore quindi questo l'abbiamo visto anche l'anno scorso però vi farò vedere dei filmati che l'anno scorso non abbiamo visto però io però anche filmi che erano che ancora non nicht gesehen haben. Wie groß ist es denn? Junge, lauf runter zur Oma. Es geht weg, es geht weg. Es geht weg, es geht weg. Es geht weg, es geht weg. Die Flugscheibe ist nicht verschwunden. Denn Antonio filmt hier von diesem Fenster aus. Von diesem kleinen Fenster seiner Wohnung. Also, die Flugscheibe geht in diese Richtung nach oben. Und Antonio befürchtet, dass er es verliert. Er schaltet die Kamera aus. Er lauft ein Tischchen zu holen. Und schaltet wieder die Kamera ein. Aber leider ist das der Diskus, die Flugscheibe verschwunden. Und aus diesem Fenster hat Antonio sehr, sehr viele Sichtungen filmen können. L'anno successivo. Das darauffolgende Jahr. Il 30 Agosto del 2008. Am 30 August 2008. Filma lo stesso oggetto. Filmt er dasselbe objekt. Al tramonto. Im Sonnenuntergang. Und diesmal ist die Flugscheibe noch viel größer. Diese schwarzen Punkte. Die Pixel bruciate der Telekamera. Das sind die verbrannten Pixel von der Kamera. Denn es war eine Zeit als die Objekte sehr, sehr nahe herankamen. Und ihre Energie hat die Kamera beschädigt. Und Antonio musste sie wegwerfen. Und eine neue Kamera kaufen. L'audio ist das Original des Videos. Das ist das Audio. Die Lautstärke ist das Original des Videos. Amore Miei. Die Überbringung der Wort ist Original. Amore. Die Aufnahmen sind außergewöhnliche. Fermi. Sehr schön. Am Computer sieht man sich viel besser. Però ecco qui... Belli. Belli. Sehr schön, sehr schön. Fermi. Fermi. Der Disco machte diese Bewegung. Er ärgert sich, dass die Kamera, die Energie der Flugscheibe hat die Kamera ausgeschalten, aber glücklicherweise dreht die Kamera weiter, filpt sie weiter. Der Disco bewegt sich hin und her, seitlich hin und her. Aber es sind wolken dunst, es ist ein dunst und man sieht es nicht so genau. Die Farbe des Himmels hat sich rosa verfärbt, denn der Disco verschobt sich nach Westen, wo die Sonne untergeht. Das sind die schönsten Filme der Geschichte in der Ufologie, der weltweiten Ufologie. Ein weiterer außergewöhnlicher Film, gemacht von Antonio Ursi. Es ist ein Video, wo Antonio an einem gewissen Punkt mit seinem Auge, also mit freiem Auge, den Disco sehr gut sieht. Aber er sieht ihn nicht mit dem Filmgerät. Das ist die Flugscheibe. Und jetzt sehen wir das Video. Die Farbe des Metalles ist wie Stahl. Spettacke. Ja, Edelstahl. Vedete hier, hier sehen Sie den Reflex der Sonnenstrahlen. Die Strahlen reflektieren auch in dieser Zone des Discos. Allora, wenn der Reflex der Sonne so klein ist auf der Oberfläche des Objektes, bedeutet dies, dass das Objekt sehr groß ist. Wir haben versuche gemacht mit kleinen Modellen. Grandi così. So groß in dieser Größe. La natura ondulatoria della luce. Dass die Natur, die Wellen, die Natur der Wellen, der Licht des Lichtes, avvolge l'oggetto. Umhüllen das Objekt. Und so haben wir keine Reflexe, die so lokalisiert sind. Wenn ich ein Video untersuche, um zu schauen, ob es echt ist oder falsch, beobachte ich sofort die Reflexe des Lichtes. So verstehe ich, ob das Objekt sehr groß ist oder klein. Die anderen Flugzeuge und auch diese Flugzeuge haben einen Durchmesser von ca. 7 bis 8 Metern. Also, es würde wahrscheinlich diesen Raum darin Platz haben. Sie sind relativ klein, aber trotzdem sehr groß. Sie sind relativ klein, aber trotzdem sehr groß. Noi li chiamiamo oggetti da Rikognizione Planetaria. Troppo difficile. Rikognizione. Rikognizione è quando tu kontrolli... Lo spiego diversamente. Sie vengono con grandi astronavi dai loro mondi. Sie kommen... Also, diese Wesen kommen mit sehr großen Raumschiffen von ihren Welten. Es gibt zwei Fotos von einem meteorologischen Satellit. Von einem UFO, das 400 Kilometer breit ist. Und somit sind diese Objekte relativamente piccoli. Relativ klein. Vengono portati con queste grandi astronavi. Sie werden von diesen großen Mutterraumschiffen gebracht. Und servono dopo per viaggiare e studiare il pianeta, dove arrivano. Und dienen anschließend für die Forschung, um unsere Planeten zu studieren. Questo è il momento in cui Antonio vede il disco, ma con la telecamera non lo vede. In diesem Moment, in diesem Film, sieht Antonio Urzi eine Flugscheibe mit seinem bloßen Auge, aber nicht mit der Kamera. Er kann sie nicht mit der Kamera aufnehmen. Er rief mich an telefonisch, um mir das mitzuteilen. Perché io studio assieme ad altri, Giorgio compreso il suo caso da molti anni. Denn ich, zusammen mit einigen, und auch zusammen mit Giorgio, studiere schon seit einigen Jahren diesen, seinen Fall, seine Sichtungen. Exattamente dal 2005. Exakt, schon seit dem Jahre 2005. Ecco, a un certo punto il disco è riapparso. Nella collezione di filmati che Antonio possiede, la tipologia degli oggetti è enorme. I più comuni sono le classiche sfere di luce. Ne ha filmata una ieri. O avanti ieri. L'altro ieri? Si. Vorgestern hat er auch wieder eine Flugscheibe gefilmt. Però voglio chiudere con un filmato che è un fenomeno che non si era mai visto. Antonio l'ha filmato due volte. Questo tipo di oggetto. questo tipo di oggetto. E sono delle sfere di luce. E sono delle sfere di luce. Accoppiate magneticamente. Magnetisch zusammengeführt, vereint, gebunden, a formare un anello. Und die einen Ringformen bilden. Quando sono molto unite. Wenn sie ganz vereint sind, diese Kugeln. Sembra un anello completo. Zeigen sie sich wie einen Ring. Ma in questo caso, vedete, le sfere nel movimento si separano. In diesem Fall sieht man wie sich die Sphären teilen. E quindi, facendo vedere che in realtà non è un oggetto unico, ma sono vari oggetti. Und hier sieht man eben, dass es nicht ein einheitliches Objekt ist, sondern es ist geformt von verschiedenen Kugeln, von verschiedenen Objekten. Esattamente, sono sette Sphäre. Exakt gesagt, sind es sieben Sphären, sieben Kugeln. Chiudo, quindi, e vi ringrazio con questo filmato bellissimo. Ich schließe hiermit, und ich bedanke mich bei euch mit diesem Film. Guardate come si muovono. Sehen sie, wie sie sich bewegen. Sie allargano. Sie dehnen sich aus. Sie riattaccano. Sie fügen sich wieder zusammen. Però girano vorticosamente. Aber sie drehen, sie drehen sich, sie drehen sich untereinander und in Kreisform, in Ringform. Un filmato veramente straordinario. Ein wirklich außergewöhnlicher Film. Lo ripeto, non si era mai visto niente di simile. Ich wiederhole mich, dass man so etwas Ähnliches noch nie gesehen hat. L'ha filmato di nuovo quest'anno, dicevo. Ein Film in diesem... Guardate come si muovono. Ja, Antonio hat dieses Video noch einmal, schon einmal dieses Jahr, in diesem Jahr gemacht. Esattamente. Esattamente. Il 4 gennaio di quest'anno 2017. Am 4 jenna 2017. Stavolta le sfere non si osservano così bene. Diesmal beobachtet man die Kugeln nicht so gut, nicht so genau. Aber es ist so interessant zu sehen, denn gegen Ende hin wird das Objekt unsichtbar. Si capisce che sta volteggiando. Man sieht, dass es sich dreht. Vedete. Und so langsam entschwindet. Diventato invisibile ed è sparito. Es ist unsichtbar geworden und somit verschwunden. Jetzt sehen wir eine Vergrößerung. Che Antonio ha potuto realizzare direttamente dalla Telecamera. Eine Vergrößerung, die Antonio Urzi direkt mit der Kamera machen konnte. Er hat eine Canon Kamera, eine professionelle Kamera. Also diese Sichtungen von Antonio und Sibylla sind wirklich sehr außergewöhnlich. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Torniamo a Fatima. Wir gehen mit Fatima weiter. La Madonna disse ai tre Pastorelli. Die Madonna sagte zu den drei Hirtenkindern. Durante l'ultima apparizione del 13 Ottobre 1917. Während der letzten Erscheinung am 13 Oktober 1917. Tornerò qui una settima volta. Ich komme hierher zum siebten Mal wieder. Le apparizioni erano state da maggio, 13 maggio, ogni 13 di ogni mese, fino a ottobre. Denn die Erscheinungen waren am 13 Mai und jeden Monat am 13. Quindi sei apparizioni. Also sechs Erscheinungen. La settima apparizione doveva essere lì, nella piazza di Fatima. Die siebte Erscheinung hatte dort sein sollen am Platz von Fatima. Die siebte Erscheinung. Die siebte Erscheinung. Die siebte Erscheinung. Accade il 2 settembre 1989. Quindi nello stesso luogo dove i tre Pastorelli. Am gleichen Ort wo die drei Hirtenkindern. Avevano avuto le apparizioni nel 1917. Die Erscheinung hatten im Jahre 1917. Giorgio arriva a Fatima dall'Italia. Giorgio kommt von Italien nach Fatima. Davanti alla quercia che c'è nella piazza di Fatima cade in estasi. Vor der Eiche am Fatima Platz fällt er in ecstase. E a un certo punto la Madonna gli fa una domanda. Und an einem gewissen Punkt macht ihm die Madonna eine Frage. Vuoi tu Giorgio portare nel tuo corpo un poco della sofferenza di mio figlio il Cristo? Willst du Giorgio an deinem Körper einen Teil des Leidens meines Sohnes Christus tragen? Giorgio risponde, si madre, lo voglio. Und Giorgio antwortet, ja Mutter, das will ich tun. Allora, dal petto della Vergine partono due raggi di luce. Und so fallen aus der Brust der Mutter Gottes zwei Lichtstrahlen. Che colpiscono Giorgio sulle Mani. Die Giorgio auf die Handinnenflächen treffen. Giorgio cade all'indietro. Giorgio fällt rückwärts. E vedete, il sangue incomincia a uscire dalle sue Mani. Und man sieht jetzt das Blut aus den Händen, aus den Wundmalen herauszutreten. Queste sono le stimmate nelle primissime ore. Das sind die stigmata in den ersten Stunden. Il palmo delle Mani. In der Handinnenfläche. E il dorso delle Mani. Und auf dem Handrücken. E queste sono le stimmate come le ha oggi Giorgio. Und so sehen die stigmata heute aus. Mani, piedi e costato. Hände, füße und Seite. Giorgio riceve un messaggio e una missione dalla Madonna. La prima parte era divisa in tre parti. La prima parte doveva divulgare il testo del terzo segreto di Fatima, quello diplomatico. Il terzo segreto di Fatima. Perché la Madonna gli spiega. Il testo è differente nelle parole. Il testo originale. Però i concetti spiegati nella versione diplomatica sono gli stessi. Manca solo quella parte che vi ho detto prima sugli extraterrestri. Es fehlt nur der Teil den er jetzt erklärt über die Außerirdischen. Quindi la prima parte, divulgare il testo del terzo segreto in versione diplomatica. La seconda parte, rivelare che la visita extraterrestre è messianica. La seconda parte, punto. Und der zweite Teil betrifft die Offenbarung der messianischen Botschaft. Die zweite Wiederkehr Christi zu verbreiten. Die Botschaft. Che siamo nel momento. Und wir sind jetzt in diesem Moment. Del ritorno di Gesù Cristo sulla Terra. Eben dieses Wiederkehr Christi auf der Erde. Per giudicare l'umanità. Um die Menschheit zu richten. Premiare gli eletti. Die Außerwelten zu premieren. E instaurare il Regno di Dio sulla Terra. Und das Reich Gottes auf der Erde wieder zu errichten. La terza parte. Der dritte Teil. Rivelare i nomi e cognomi dei Potenti. Der dritte Teil beinhaltet den Namen und die Nachnamen der Mächtigen zu enthüllen. Che stanno distruggendo il mondo. Die die Welt zerstören. Schiavizzando i Populi. Und die Völker versclaven. Und auch den Namen ihres Oberhauptes zu enthüllen. Der eben. Der eben. Der eben. Der eben. Der eben ein Mensch ist. Wirklich ein. Der Antichrist ist. Und die Botschaft zu bekräftigen. Dass wir jetzt in der Zeit sind. Wo Christus wiederkommt. Und den Antichrist beseitigen wird. Il discorso extraterrestre. Der außerirdische Thema. Das außerirdische Thema. Ha unito le missioni di Antonio Urzi e di Giorgio Bongiovanni. Das hat vereint die Botschaften von Antonio Urzi und von Giorgio Bongiovanni. Cioè, il messaggio spirituale che porta Giorgio. Also, der spirituelle Teil. Den Giorgio. E anche il suo contatto con gli esseri di luce. Der spirituelle Botschaft von Giorgio. Der eben. Der Kontakt mit den außerirdischen Brüdern. Wesen. E l'esperienza extraterrestre di Antonio Urzi. Und die Erfahrungen mit den außerirdischen von Antonio Urzi. Giorgio ha viaggiato molto in tutti questi anni. Giorgio hat sehr viel gereist in diesen letzten Jahren. Per divulgare il suo messaggio e la sua esperienza. Um seine Botschaften und seine Erfahrungen zu verbreiten. E anche trovare le prove delle cose che la Madonna gli aveva detto. Und auch die Beweise zu finden, die ihm die Mutter Gottes gesagt hat. Qui è Giorgio che mostra le foto delle stimmate alla Regina di Spagna. Hier ist Giorgio, der die Fotos mit den stigmatas der spanischen Königin zeigt. E gli racconta la sua esperienza e il suo messaggio. Und er erzählt ihr von seinen Erfahrungen und von der Botschaft. 20 ottobre 1990. 20 ottobre 1990. Paraguay. In Paraguay. Qui stringe le mani a Mikhail Gorbaciov e a sua moglie Raisa. Hier begrüßt er Gorbaciov. Und sie reichen sich die Hände. Dahinter steht seine Frau Raisa. E chiede al Presidente di poter visitare la Russia. Und er fragt den Presidenten, ob er auch Russland besuchen darf. Und President Gorbaciov sagt ihm zu, dass er ins Land kommen darf. Madrid, 27 ottobre 1990. Eben in Madrid, 27 ottobre 1990. Qui siamo a Kinshasa in Africa. Hier in Kinshasa in Africa. Giorgio con suo fratello Filippo. Giorgio mit seinem Bruder Filippo. Cade in Estasi e dà un messaggio a circa 40.000 persone presenti nella piazza. Er fällt in Estasi und gibt all diesen Menschen, 40.000 Menschen, die hier auf diesem Platz, überbringt er eine Botschaft. Qui ist er im Zentrum der russischen Raumschifffahrt. Und hier sieht man Giorgio, der zu den Astronauten der Mir spricht. Qui vediamo Giorgio intervistare un Generale. Hier sehen wir Giorgio, der eine Unterredung hat mit einem Generale. Un Generale Cosmonauta. Ein Cosmonaut. Der mit den Soyuz-Missionen Er hatte auch Erfahrungen mit den Außerirdischen. Nello Spazio. Im Raum. Und der General bestätigt, dass dies alles wahr ist, was Giorgio ihm zeigt und sagt. Hier ist Giorgio, der im Nationalen Fernsehen von Kongo spricht. Und er beschuldigt direkt den Diktator Mobutu. Hier ist er, Giorgio ist hier im Nationalen Fernsehen in Italien. Zusammen mit einem Ex-Agent der NATO. Ein Amerikaner. Robert Dean. 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 20. Jänner 1997 an einem internationalen Kongress mit UFO-Experten aus aller Welt. Hier spricht Giorgio mit einem russischen General eine eigene Kommission führte über UFO-Forschungen in der Militär Akademie die unter seiner Aufsicht stand. Hier wieder in Amerika in einer Unterredung mit dem ex-Astronauten Gordon Cooper der verschiedene Erfahrungen hatte mit Außerirdischen worüber auch vor der ONU sprach. Alle diese Bilder zeigen nur einen kleinen Teil von all den Reisen die Giorgio machte. Und ich selbst hatte auch die Ehre, ihn manchmal zu begleiten. Hier sind wir in Brasilien. Hier sind wir in Brasilien. Hier sind wir in Brasilien. Ein weiterer UFO-Kongress internazionale. Hier sind wir in Brasilien. aus dem Internet von Giorgio. In Italien. In die italienische Seite. Wo Giorgio pubblica notizie e i messaggi divini e extraterrestri che riceve. Wo Giorgio die Botschaften von den Göttlichen Botschaften und die Botschaften außerirdischer veröffentlicht. Auch der deutsche Teil ist hier abzurufen. Wo es möglich ist alle die Botschaften zu lesen. L'Opera di Giorgio si divide in tre settori. Das Werk Giorgio steilt sich in drei Sektoren. Uno. La lotta alla criminalità organizzata. La mafia. Eines ist die betrifft der Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Und alle Mafia-Erscheinungen auf der Welt. Es gibt auch Mitarbeiter in allen Ländern der Welt die in dieser Zeitschrift ihre Beiträge einbringen. Das ist der Hauptteil der Mission. Denn in diesem Kampf zeigt Giorgio das wahre Gesicht des Antichristen. Quindi la missione, diciamo così, della giustizia, della legalità. Die missione der Gerechtigkeit und der legalität. La missione cosmica e spirituale. Die cosmische mission, die cosmische und spirituelle mission. E infine. Und letztendlich. L'Opera sociale. Sein soziales Werk. Sie haben bereits Barbara gehört, die Ihnen schon davon erzählt hat. Für einige Jahre hatte Giorgio auch an der Stirne ein blutendes Kreuz. Dann hat die Madonna dieses Zeichen unsichtbar gemacht. Und sie sagte ihm, in einigen speziellen Momenten für die Menschheit wird dieses Kreuz wieder sichtbar gemacht. Das letzte Mal geschah dies am 3. September 2014 in Fatima. Ich selbst habe dieses Ereignis gefilmt. Und 3... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Amen. Siamo evidentemente delle ferite che non possiamo considerare le piaghe perché le piaghe hanno tendenza alla guarigione. Le uccere perché richiederebbe una base patologica e le uccere sono quelle che non hanno invece tendenza alla guarigione. Il sangue non ha nessun aroma o odore sgradevole che denoti segni di infezione e del resto sono ferite che dimostrano una assoluta pulizia. A parte il sangue, ovviamente, che è fuoriuscito di recente, non mostrano segni di gus, di infezione, segni di tubicazione, cioè tutti i segni classici dell'impiammazione che accompagna uno stato infettivo. Cosa che rende queste ferite particolarmente strane, se vogliamo dire. Strane perché è una ferita che dura da vent'anni, che sanguina in questa maniera ogni giorno e che fornisce ai germi un importante terreno di cottura, come appunto il sangue, dovrebbero recare, come il prassi, come sarebbe facile trovare in altri casi, dei segni di infezione, quindi di infezione. Invece queste sono ferite che hanno le sembianze di infezioni stelle. E' evidente la sofferenza di Giorgio Bongiovanni, che accompagna questa salminazione, questa attenzione di ogni commento. Quello che lascia appunto notevolmente impressionati è l'assoluta pulizia, è l'assoluta pulizia, perché non si accompagna un altro segno. Cosa che ha imparato il sangue, su di stelle e le stelle il sangue, come un�one che ha l'assoluto pulizia. Cosa finisce la punte sulla funge, per le stelle diниковci c'è pure il sangue il sangue. c'è l'assoluto pulizia quindi la punte del sangue, che si trovo il sangue, che è legato da il sangue. L'assoluto pulizia di sangue del sangue. Nello che era finito al sangue, è l'assoluto pulizia di sangue, und die Tatsache, dass das Phänomen schon seit 20 Jahren anhält. Da ich die Blutungen schon mehrere Male beobachtete, konnte ich feststellen, dass sie im Laufe der Zeit keine Veränderungen erfahren haben, die auf einen chronischen Gewebsumbau hindeuten. Ich möchte diese, unsere Begegnung beginnen mit dem Rezitieren des Vaterunsers. Padre Nostro, Vaterunser, im Himmel, santificato sia il tuo nome, dein Name sei uns heilig, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern und führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Danke, Herr. Bevor ich beginne, meine Freunde danken, ich sah, dass Dina Brot gebracht hat, dass ich zusammen mit euch segne werde. Und dann wird jeder ein Brot mitnehmen, mit nach Hause nehmen, in Erinnerung an diese spirituelle Begegnung. Auch unser Herr Pfarrer möchte das Brot mit segnen. Es ist eine Ehre für mich, dass unser Herr Pfarrer das Brot mit uns zusammen segnet. Ich tue es sehr gerne und ich weiß, dass von Giovanni schon mir ausrichten hat lassen, wenn ein Priester da ist, macht das nicht allein, sondern wir wollen es gemeinsam machen. In dem Sinn wollen wir das auch tun jetzt. Das Brot ist ja dann für die Agape jetzt ausgeteilt und Agape ist eigentlich ein liebes Mahl. Wir haben natürlich kein großes Mahl, aber man kann es ja mit dem anderen teilen oder selbst mit nach Hause nehmen und zu Hause mit wem teilen. Außerdem, glaube ich, sollen auch noch kleine Edelsteine, Halbedelsteine gesegnet werden, was wir auch jetzt gemeinsam machen. Ich weiß nicht, wo sind denn die? Stehen ihr auch schon da. Und die sind dann auch zum Mitnehmen. Die kann man dann mit Hause nehmen und dass diese Energie, die jetzt bei uns herrscht durch Giovanni, ihm auch weitergegeben werden kann zu Hause. Die Steine speichern ja sehr viel und so hoffen wir, dass das eine große Wirkung haben wird dann, wenn ihr die zu Hause euch euren lieben, verwandten, Freunden und Kinder ausdeilt. Der Herr Pfarrer möchte auch die Steine, der Barroco würde auch benedieren, die Minerali, die Sassolini Minerali, die jeder dann zu Hause bringt, ein Sassolino, wie der Pane, in dem Rekord von diesem Wunsch. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Im Namen des Padres, des Filiens. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du hast mit deinen Aposteln, mit den Menschen immer wieder das Brot geteilt, so wollen auch wir heute dieses Brot teilen und in deinem Namen segnen, damit uns dieses Brot allen ein Brot der Liebe und des Heiles werde. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Und so segne ich dieses Brot im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch diese Steine möchte ich noch in besonderer Weise segnen, dass sie im wahrsten Sinn des Wortes für uns alle zu Glücksteinen werden mögen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, segne diese Steine. Sie sind äußere Zeichen für das Vertrauen, dass wir in dich und deine Mutter Maria setzen. Und deshalb bitten wir um deinen Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ich möchte meinen Freunden danken. Christiane und Dina und alle Menschen die diese Begegnung organisiert haben. Ich bedanke mich noch einmal bei unserem Pfarrer, der mich geehrte hat mit seiner Anwesenheit. Und ich bedanke mich bei euch allen, die hier sind heute. Wenn ihr heute hier seid, ist es kein Zufall. Wenn ihr heute hier seid, wenn wir heute hier sind, und weil wir den Ruf hörten, den Ruf desjenigen, der zu uns sagte, ich lasse euch nicht als weißen Kinder zurück. di colui, der sagte, und ich beziehe mich auf Christus, den Messias, wo immer zwei oder mehrere in meinem Namen vereint sind, ich bin in mezzo von euch. Ich bin in mezzo a euch. Dort bin ich auch ich. Dort bin ich mitten unter euch. Das steht im Evangelium. Und somit auf das Wort Jesu Christi. Das wahr ist, wir heute in diesem Saal sind wir mehr als zwei. Wir sind in seinem Namen vereint. Und somit Jesus Christus, auch wenn er unsichtbar ist, aber sehr sichtbar in anderer Form, ist er anwesend hier mit uns. Er ist präsent hier bei uns. Und der stille Hörer all unserer Gespräche und er ist auch der Richter unserer Aktionen und somit heute, wenn Jesus Christus hier anwesend ist, weil wir mehr als zwei in seinem Namen vereint sind hier. Wir müssen mit unseren Peccaten, die er kennt, mit unseren Sünden, die er kennt. und mit all unserer Fähigkeit zu wollen und zu verstehen, mit all unserer spirituellen Intelligenz zu verstehen, nicht alles, aber zu realisieren, zu versuchen zu verstehen, warum wir hier sind, warum wir existieren, wo gehen wir hin und was ist der wahre Sinn unseres Lebens. Ich versuche mit meinem ganzen Sein das euch zu vermitteln, was ich gesehen habe, von dem, was ich gehört habe, von dem, was ich gehört habe, das, was ich verstanden habe. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe verstanden sehr vieles und habe gesehen. Heute leben wir im Zeit-Alter der Technologie, im Zeit-Alter der großen Kommunikation, im Zeit-Alter der Materie, des Materialismus, der Rationalität, des Pragmatismus, der Laicità, des Laien, des Glaubens, des Nicht-Glaubens. Und somit heute, im Jahre 2017, in Salzburg, ist ein großes Genie geboren, Amadeus Mozart, hier eine Person zuhören, einem Italiener, ein gewöhnlicher Bürger, der zu euch spricht, zu euch sagt, der Zeichen trägt, aber heute die Zeichen im Zeit-Alter der großen Wissenschaft, im Zeit-Alter der großen Evolution des Gehirns, im Zeit-Alter der großen Wissenschaft, der großen medizinischen Wissenschaft, die Zeichen sind die Zeichen diskutierbar. Was aber mein Glaube mir auferlegt zu glauben, dass diese Zeichen die Zeichen der Beweis sind von dem, was ich gesehen habe. Und so wiederhole ich mich, heute im Jahr 2017, in Österreich, ihr begegnet einem Menschen, der sagt, ich habe Jesus Christus gesehen. wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich nicht glauben. Und somit, wenn man mir nicht glaubt, das verstehe ich. offensichtlich bin ich aber nicht einverstanden, denn ich glaube, dass ich gesehen habe, aber ich verstehe das. Wie kann jemand aus Sizilien hierher kommen und euch erzählen, dass ich Jesus Christus gesehen habe? Aber ich habe ihn nicht nur geistig, spirituell gesehen. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen, er hat sich mir gezeigt, ich bin ihm begegnet. Ich habe ihn physisch gesehen. Das ist die wichtige Botschaft, die mir Jesus Christus mitteilte, die ich heute euch, heute Abend euch sagen soll, dass ich ihn gesehen habe. Und ich fühle mich ein wenig wie Maria Magdalena. Denn wenn er auferstanden ist, als Jesus Christus auferstanden ist, und sich Maria Magdalena zeigte, und sie es erzählt hat, so haben ihr nicht einmal die elf Apostel geglaubt, und Johannes und Petrus laufen zum Grab, um zu sehen, ob es wirklich wahr ist, was Maria Magdalena gesehen hat. Und als Jesus auferstanden ist, in Fleisch und Blut, und er zeigte sich einer Frau namens Maria Magdalena, und der nicht einmal die Apostel Christi glaubte, Wie kann ich dann glauben, dass ich nicht Maria Magdalena bin, und ihr nicht die Apostel seid? Wie kann ich verlangen, dass ihr mir glaubt? Es ist schwierig. Aber das haltet mich nicht auf, meine Mission, der ganzen Welt zu erzählen, dass ich ihn gesehen habe, und dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel aufgestiegen ist, aber was ich gesehen habe, das ist eine Prophezeiung, die ihr noch nicht gesehen habt, aber ich schon. Ich habe Jesus gesehen, der zur Erde zurückgekehrt ist, der sich aber noch nicht manifestiert hat, aber er wird sich der ganzen Welt zeigen, so wie es im Kapitel 24 von Matthäus' Evangelium steht. Und so seht ihr den Sohn Gottes auf die Erde zurückkommen mit großer Macht und Glorie. Unser katholischer Glauben verpflichtet uns zu glauben zu glauben an das Zweite Kommen Christi auf die Welt. Es wird rezitiert in der Messe, im Credo, in der Erwartung deines Kommens. Wir wissen nicht den Tag und die Stunde, aber unser Evangelium, unser Glaube, unsere Kirche bezieht sich basiert vor allem auf das Kommen Christi. noch hat er sich nicht gezeigt. Ich weiß nicht, wenn er sich zeigen wird. Das weiß niemand. Auch davon spricht das Evangelium. Aber ich habe ihn gesehen und er sagte mir, ich muss es sagen, auch wenn sie dir nicht glauben. Denn die Tatsache, dass du es sagst, bedeutet dass es ein Zeichen der Zeit ist, das Zeichen meiner künftigen Manifestation in dieser Welt. Infatti, Gesù in dem Evangelium effektiv hat Jesus im Evangelium agli Apostoli gesagt, Nessuno conoscerà il giorno e l'ora. Niemand kennt den Tag noch die Stunde, aber ihr werdet verstehen dass ich auf die Erde kommen werde dai Segni von den Zeichen her werdet ihr es verstehen. Così come i vostri Meteorologi capiscono dai Segni che da la Natura ciò il Tempo la manifestazione del Tempo nei giorni successivi come sarà il Tempo. so wie unsere Meteorologen auch das Wetter voraussehen können und sagen welches Wetter auf uns zukommt. Die gleiche Sache dovete capire voi das gleiche so müsst ihr es auch verstehen sagt Jesus im Evangelium es werden Zeichen sein und heute hat Pier Giorgio von vielen Zeichen gesprochen und die Erscheinung in Fatima ist eines der größten Zeichen die uns vorausgehen die das Zweite Christi das Zweite Kommen Christi voraussagen la presenza sulla Terra di esseri che habitano altri pianeti die Präsenz von Wesen auf dieser Erde die von anderen Universen kommen ist eine weitere Prophezeiung des Evangeliums und es ist genau folgende und dann werden die Sterne vom Himmel fallen was wollte Jesus sagen wenn so wie es im Evangelium steht dann werdet ihr die Sterne vom Himmel fallen sehen dies bedeutet dass der Mensch bewusst wird von der Größe Gottes der Allmacht Gottes und dass der selbe Gott das Leben geschaffen hat und andere weitere Brüder im ganzen Universum die Zeichen die Jesus im Evangelium vorhersagt sind auch die Erscheinungen der Mutter Gottes auf der ganzen Welt Und so werden Kinder Visionen haben und die alten Menschen werden Träume haben Und dann werdet ihr sehen dass Kriege über Kriegen kommen Hunger und Pestilenz und Erdbeben an allen Orten und die Nationen werden sich gegenseitig vernichten Aber wie geht das dass die Nationen sich gegenseitig vernichten wenn Jesus von einer Zeit spricht wo es Kriege gibt Es gab Zeiten wo sich die Heere vernichteten die Kriegsheere nicht die Nationen Und somit spricht er von heute Ich frage euch was kann eine Nation vernichten Was ist die Waffe die eine Nation vernichten kann Die Atombombe Und also spricht Jesus von diesen Zeiten Bruder gegen Bruder In Palästina sind nicht dort Brüder gegen Brüder Aber das größte Zeichen für mich sind nicht alle Zeichen von denen ich euch spreche segne denn ich habe ihn gesehen Ich fühle mich auch ein wenig unwürdig Ich bin nicht so perfekt wie er mich gerne hätte aber ich habe ihn gesehen und er sagte mir ich soll all dies sagen das was ihr jetzt von mir hört er hat gesagt er sagte mir ich werde dir Freunde zeigen Freunde bringen chi sind deine Freunde Herr meine Freunde sind die Engel es sind wesen die im Universum leben hat er mir geantwortet willst du sie kennen ja ich möchte sie kennen lernen und er hat sie mir gezeigt sie sind wunderschön sie leben in Frieden in Lieben in Brüderlichkeit und sie reisen im Universum denn seht ihr die wichtigste Offenbarung die ich erhalten habe ist die Jesu von Leben im Universum gesprochen hat und wir sollen teil haben an dieser kosmischen familie denn noch sind wir nicht teil davon Wir sind im fegefeuer und viele von uns terrestri irdische sind in inferno sind in der Hölle und somit sind wir hier diese ich bin geboren in dieser Welt um mit meinem ganzen selbst zu suchen um euch von der Hölle heraus zu ziehen heraus zu holen ricordando e testimoniando und ich möchte euch daran erinnern und bezeugen die incarnation der größten Liebe aller lieben und zwar des Messias Jesus Christus denn weil er colui che ci porterá er der uns con la mano mit seiner hand dorthin bringt ins reich gottes er ist es der uns in die neue era bringt ma noi aber wir können mit ihm gehen wenn wir es verdienen wenn wir ihn nachahmen oder seine lehren umsetzen in die Tat umsetzen Ich frage den Herrn aber hör aber warum hast du mich gewählt ich bin niemand ich bin nicht nur ich allein auf der Erde habe Jesus gesehen warum hast du mich gewählt er sagte zu mir du bist nicht besser als die anderen du bist auch nicht ein Heiliger du hast Glauben aber du bist kein Heiliger warum hast du gerade mich gewählt weil du den Mut hast die Wahrheit zu sagen hai coraggio di esaltare i santi della mia chiesa du hast den Mut die Heiligen meiner Kirche zu preisen und anzuzeigen und hinzuweisen in meinem Namen die kriminellen anzuprangern und die delinquen anzuprangern die in meiner Kirche sich befinden und deswegen habe ich dich gebeten denn du hast keine Angst du brauchst nicht materielle Interessen zu verteidigen und deshalb hast du den Mut die Wahrheit zu sagen du suchst die Wahrheit und wo findest du sie schreist sie hinaus also dann mach das was ich dir sage und seit 1989 habe ich alles gemacht was er mir sagte in sintesi vi dico quello che mi ha detto molto in sintesi ma pot mi domande ich sage euch was er mir gesagt hat und ihr könnt mir fragen stellen dies ist a vivere das schicksal dieses planeten ist ein zeitalter zu leben von Liebe und Brüderlichkeit diese nuove era in dem Vangelo viene definita il regno di Dio sulla Terra dieses neue zeitalter ist im evangelium bereits definiert als das neue Reich Gottes questo pianeta governato da Gesù Christo regiert von Jesus Christus so wie alle anderen planeten ist eine civiltä più evolute di questa hat hat die die hat e destinato wird eine höhere zivilisation beherbergen più evolute di questa significa che la nostra civiltà umana vivrà in una nuova società in einer neuen Gesellschaft leben wird che non sarà più quella che vivete oggi sarà totalmente all'opposto sie wird vollkommen das gegenteil sein ci saranno delle cose simili l'amore di una madre per figlio rimarranno tali l'amore di un padre per figli i valori dell'amicizia quelli veri tutti ciò che di positivo che noi abbiamo rimarrà lo stesso ma tutto quello che di materialismo e tutto quello che fa soffrire non ci sarà più la civiltà di questo pianeta vivrà in un mondo di amore di pace di fratellanza di giustizia questo darà la possibilità alla civiltà della terra umana non solo di vedere Cristo di persona di entrare in contatto con altre dimensioni ma anche di viaggiare nell'universo ma anche in universum di re e avere rapporti con civiltà extraterrestri e con le außerirdische civilizazioni e sostanziali il vostro spirito sarà molto più voluto di quello che avete adesso viel höher entwickelt se so come noi adesso abbiamo questa civiltà avrà la telepatia aus gli uomini parleranno con gli animali gli uomini non inquineranno più la terra gli uomini comunicheranno con la madre terra comunicheranno gli uomini non lavoreranno più a fare gli schiavi gli uomini la loro vita sarà basa solo sulla conoscenza l'acquisizione della conoscenza amando il signore den Herrn lieben e avendo una tecnologia per noi fantascientifica e una tecnologia um che per noi come Fantasie è una fantastica tecnologia viaggierà alla velocità della luce si renderà visibile e invisibile si verrà si sichtbar e anche unsichtbar zeig si verrà in l'universum reisen e aiuterà altre civiltà in difficoltà e verrà anderen zivilisationen helfen che in difficoltà questo è il nuovo regno sulla terra io sono venuto a dirvi che per entrare in quel regno che in questo reich einzutreten noi dobbiamo seguire le orme di Christi che significa was bedeutet das significa che dobbiamo lasciare tutto das bedeutet dass wir alles hinterlassen sehen non programmare nessun futuro materiale das bedeutet keine materialistische Zukunft mehr programmieren mit dem Leben was Gott uns gibt mit der Arbeit die er uns gibt ma il progetto deve essere spogliarsi di tutto perché non entrerà in quel regno nessuno di noi che abbiamo solo col pensiero non nell'azione questa bottiglia è mia prendere la bottiglia e dire questa bottiglia è mia già siamo condannati ma saremo condannati anche solo se lo pensiamo condannati significa che non entreremo in quel regno e so verurteilt sein bedeutet che non entrerà in quel regno sarà scacciato via da questo posto in un posto in un posto un posto dove großes leiden herrscht e allora noi dobbiamo da oggi und somit müssen wir von heute an vivere leben seguendo il Christo Leben und Christus folgen Leben Christus zu folgen il quale era è der 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 mächtigste Mann Mann des Universums ist der seine Feinde einfach mit einem Fingerklick vernichten töten und vernichten könnte invece invece l'uomo più potente dell'Universum si è fatto arrestare hat sich verhaften lassen torturare sich quälen lassen perseguitare verfolgen lassen e anche uccidere senza usare il suo Potere contro di noi che gridavamo crocifigi a Pilatus che significa che dobbiamo farci uccidere si ma non physicamente dobbiamo uccidere tutto il nostro desiderio di possesso tutte le nostre gelosie le nostre invidie dobbiamo essere guerrieri lottare per la causa della giustizia costi quel che costi coste io so capisco amici se non mi credete ma è mio dovere dirvelo io so quello che deve succedere e quello che deve succedere è la fine di questa civiltà la quale si autodistruggerà di si si selbst vernichten da solo e chi rimarrà chi Dio salverà deve avere le qualità e i valori che Gesù Christo ci ha lasciato perché vedete nel nome di Christo si sono fatte guerre le qualità le qualità le qualità le qualità come Giordano Bruno solo perché avevano il libero pensiero nel nome di Christo si sono fatte tante bestemmie contro lo Spirito Santo nel nome Christi wurden viele Fluche Lästerungen gegen den Heiligen Geist gemacht quindi il suo ritorno metterà le cose al loro giusto posto e mi ha detto di dirvi io non giudicherò in base al colore della pelle in base alla Religion sarò felice di giudicare i miei fedeli christiani e premiare i veri christiani ma io giudicherò dalle azioni se le azioni di chi giudicherò saranno state positive lui verrà con me nel nuovo regno se le azioni non saranno state positive non verrà e mi ha detto anche di dire che il giudizio più severo meno tolerante sarà con noi christiani christen er più tolerante con chi non aveva fede e molto più severo con noi christiani che ogni domenica andavamo morderlo in chiesa il suo corpo che ogni sonntag in la kirche gingen e se per anzugreifen su peissen ma quando uscivamo fuori eravamo i peggiori materialisti e allora preparatevi molto presto jesus si manifestera al mondo in un mondo sconvolto in una erschütterten Welt di guerre di terremoti erdbeben di persecuzioni di stragi und gewaltverbrechen di miseria und not miseria di fame e di malgrinia malattie ma si manifesterà aber er wird sich zeigen dovete rimanere nella fede wir müssen im glauben bleiben jeden tag daran denken positive taten zu vollbringen non non attaccati alla materia und nicht an die materie zu klammern se Dio vi da provvidenza ringraziate und wenn Gott euch alles vorsieht sei dankbar se se Dio vi da povertà wenn Gott euch armut gibt dankt ihm trotzdem denn er wird uns prüfen um zu sehen ob wir glauben die erste Sache die verschwinden wird die Jesus Christus vernichten wird wird das Geld sein es wird nicht mehr sein das Geld denn das Geld hat die sehle der Menschen zerstört also wir müssen uns des Geldes bedienen nur für eine Sache nicht einmal um uns zu ernähren aber bevor wir es zum Essen bedienen müssen wir das Geld einsetzen um dem Bruder zu helfen nur in diesem Fall wird uns Gott vergeben um es so benutzt und eingesetzt zu haben sonst wird es keine Vergebung geben derjenige der das Geld materialistisch für materielle Zwecke nutzt hat er das nicht gesagt Jesus als er händler vom Tempel vertrieb mit dem Stecken guai guai voi behe euch questa è la casa della preghiera das ist das Gebetshaus e voi ne avete fatto una spelonga di ladri und ihr habt daraus eine Diebesspelunke gemacht und dann sagte er man kann nicht zwei Herren dienen Gott Gott uns allen die ihm zuhörten man kann nicht Gott und Satan dienen aber nein Jesus sagte man kann nicht zwei Herren dienen Gott und dem Geld und und somit ist das Geld der wahre Feind Gottes es ist nicht Satan der Feind Gottes denn Satan gehorcht Gott er schaut mich verwundert an ich zeige es euch es war ein besessener und der Vater dieses Besessenen im Evangelium sagt zu Jesus mein Sohn hat Satan in sich hilf ihm bitte und dieser Junge war demonisch besessen Satan es fuori da questo ragazzo te lo ordino und Jesus sagt zeig mit dem finger auf den jungen und ruft Satan trete aus aus diesem jungen ich befehle es dir und Satan ging weg e invece und wenn Jesus da un ordine in noi te lo ordino und wenn Jesus uns einen Befehl gibt und dann sagen wir Jesus was willst du eigentlich geh weg der Mensch folgt Gott nicht aber Satan gehorcht ihm und ist das Geld der Feind Gottes denn Christus sagt man kann nicht zwei Herren dienen Gott und dem Geld denn wenn wir ins Reich Gottes eingehen wollen müssen wir uns der Materie dienen um die Materie nutzen um den leidenden Brüdern und Mitmenschen zu helfen ich schließe jetzt ab und wenn Sie mir Fragen machen wollen ich schließe jetzt ab noch eine Sache zum Schluss möchte ich sagen wenn Sie auf Internet gehen dann l'astronomia dann sehen Sie schauen Sie nach der Astronomie e trovate delle spiegazioni tecniche und dann dort sehen Sie technische erklärungen del Cosmo come queste che adesso vi dico in Sintesi so solche wie wovon ich jetzt in Zusammenfassend spreche Giordano Bruno si sforzava di dire 600 anni fa und es sind diese die Giordano Bruno sich bemühte vor 600 Jahren zu sagen das Universum ist unendlich heute haben wir die Astronomen ausgerechnet berechnet dass es sehr viele Sterne gibt im Universum milioni di miliardi di milioni miliarden und miliarden und haben auf dem computer ausgerechnet dass die Anzahl der Sterne im Universum ist superior a tutti i granelli di sabbia di tutti i deserti che ci sono aller wüsten auf der Erde e di tutte le spiagge und aller strände könnt ihr euch das vorstellen il numero delle stelle dell'Universo è superiore al numero dei granelli di sabbia questo è un granello di sabbia superiore a tutti i granelli di sabbia di tutti i deserti della terra e di tutte le spiagge per scrivere il numero dobbiamo percorrere 300.000 km la distanza tra la terra luna um diese nummer zu schreiben müssen wir eine strecke beschreiten die so weit ist wie von der Erde bis zum Mond 300.000 Kilometer signore una volta ho chiesto signore einmal fragte ich den herr ma tu chi sei wer bist du eigentlich er sagte mir schau tutto quello che vedi sono io quindi il messia sono tutte le stelle che ci sono nell'universum tutte le stelle che sono superiore ai granelli di sabbia del deserto del sario di tutte le spiagge er ist größer als alle sand körner alle sterne die alle sand körner sind die wie sand körner sind l'intelligenza che muove tutto questo die intelligenz die all dies bewegt è Gesù di Nazareth ist Jesus von Nazareth per questo lo amo e lo servo lo amo e lo servo liebe ich ihn und diene ich ihm danke schön prego prego eins zu ja mein name ist johannes und ich habe eine frage una domanda su nome giovanni si Welche Bedeutung hat Jerusalem im Sinne der transformation der Menschheit und welche Bedeutung quale quale significato al jerusalemme nel senso della transformazione und eine zweite wäre dann e la seconda domanda ob jetzt die wiederkunft Jesu Christi se il ritorno di Jesu Christo spirituelle ebene oder auch physische ebene ist zu spirituelle oder physisch also Jerusalem ist die heilige Stadt aber gerade weil die heilige Stadt eine große warnung bekam von Jesu il quale ist aus Sinedrio wenn er aus dem Tempel heraus kam sagte er zu Jerusalem 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 che uccidi e lapidi tuoi Propheti tu tötest und köpfst deine Propheten und steinigst deine Propheten wie oft musste ich kommen um meine Söhne zu vereinen zu sammeln so wie die Henne das Huhn ihre Küken vereint aber du willst nicht glauben und wahrlich ich sage dir du wirst mich nicht mehr sehen bis du nicht sagst benedetto colui che viene nel nome del Signore bis du sagst benedetto sei er der im Namen des Herrn kommt dann wenn du siehst das ganz Jerusalem dirá benedetto colui che viene nel nome del Signore Gesuse Remme ritornerà a essere la città santa c'è un'altra Gerusalemme quella spirituale es gibt ein anderes Jerusalem das spirituelle Jerusalem che sono tutti coloro che oggi das sind all jene die heute credono in Christo in an Jesus glauben con le azione mit den taten con le opere mit den werken quella è la nuova Gerusalemme das ist das neue Jerusalem poi c'è un'altra Gerusalemme ancora dann gibt es noch ein anderes Jerusalem die das von Himmel herunter dem was Johannes in der Apokalypse spricht il quale dice vedi la nuova Gerusalemme scendere dal cielo quella è la seconda venuta di Christi rispondo alla seconda domanda io l'ho visto Christo in carne d'ossa quindi verrà e si manifesterà in carne d'ossa risorto dai morti ma lui non è mai morto perché è l'eterno lo vedremo tutti e si farà vedere da tutti attraverso la modernissima tecnologia che abbiamo e lo ascolteremo tutti ma non verrà sulla croce verrà da giudice giudicherà perché deve stabilire chi è meritevole di andare nel nuovo regno er wird alle richten die richten die es verdienen in das neue Jerusalem zu kommen und die und die nicht dorthin kommen das ist meine Antwort bitte eine weitere Frage herzlichen Dank dass folgende Frage die ich denke dass in Mateus steht drin das das wir Jesus Christus in den wolken treffen werden die Jesus Christus in die nuvole Das Evangelium sagt etwas anderes. Und ich glaube, dass wir Jesus auch auf den Wolken begegnen. Denn ich glaube an den Heiligen Paulus. Aber wenn der Heilige Paulus uns... Ich glaube mehr an Jesus Christus als an den Heiligen Paulus. Und Christus sagt, im Kapitel 24 von Matthäus, Ich komme auf die Erde mit großer Macht und Herrlichkeit. Und alle Nationen der Erde werden zu Füßen des Menschensohnes vereint sein, versammelt sein. Und der Menschensohn wird die Bösen von den Guten trennen. Jetzt hast du ja davon gesprochen, dass im Grunde nach dem Gericht so eine Art Mitnahme oder eben nicht erfolgt. Also du sagst, dass es in der Judik gibt, eine Prise in der Erde wird. Und meine Frage ist, von Seiten oder von vielen außerirdischen Informationen sagen ja, dass es so eine Art Evacuierung geben soll. Das kann passieren, wenn es einen Nuclearen Krieg gibt. Dann wird es eine Evacuierung geben. Aber das hat nichts direkt mit dem Gericht zu tun. Ma questo ha qualcosa da fare, direkt mit dem Judizio. Il Judizio sarà dopo. Das Gericht wird nachher sein. Nachher. Grazie. Grazie. Ich nehme die Gelegenheit wahr, noch etwas zu sagen an Sie. Gott ist unendlich barmherzig. Aber er ist auch unendlich gerecht. Gott wird nicht erlauben, dass die Menschen die Erde zerstören. Gott lässt uns frei. Aber wenn wir die Grenze überschreiten, der göttlichen Toleranz, wird uns Gott strafen. Wir können nicht die Welt zerstören mit einem nuklearen Krieg. Und so können wir beruhigt sein, dass es keine nuklearen Krieg wird, der die Erde zerstört. Es kann passieren, dass eine Atombombe explodiert. Und es werden Millionen von Menschen sterben. Aber gleich darauf wird Gott eingreifen mit seinen Engeln. Aber ich möchte euch daran erinnern, dass Gott nicht nur der ist, der gekreuzigt wurde. Gott ist nicht nur der, der gekreuzigt wurde. Dio ist auch der, der Sodom und Gomorra zerstört hat. Dio ist auch der, der die Sündflut gemacht hat. Es ist eher so, dass Gott die Welt retten wird, um die Gute zu bewahren. Dass der Mensch die Erde zerstört, sein Gotteskreatur. Bitte eine weitere Frage. Ich habe noch eine Frage. Und zwar meinen Erfahrungen nach, ich habe auch Kontakt seit meinem 30. Lebensjahr von der Konfedererung. Und zwar hat er Kontakt von 12 Jahren. Und kriegt viele Informationen auch über die Entwicklung und Zukunft der Erde. Und er hat auch viele Informationen über die Entwicklung und die Zukunft der Erde. Und zwar hat er bestimmt die Arbeit und Aufgaben eingebunden. Darum bin ich hier auf dem Planeten. Und er ist bekannt, dass die Konfedererung bereits alle Atomspitzenraketen, also alle Treibsätze, alle Atomraketen unschädlich gemacht hat. Das heißt, es funktioniert keine Atombombe und keine Rakete mehr. Und er weiß, dass die Konfedererung bereits alle Atomspitzenraketen unschädlich gemacht hat. Und die wichtigste Botschaft, die ich erhalten habe von Jesus aneinander war, dass ich den Leuten sagen soll, dass es keinen dritten Weltkrieg gibt und keinen Atomkrieg geben wird. Und der wichtigste Punkt hierbei ist, dass die Leute die mentalen Energien in den Krieg zurückziehen und den Planeten mit dem Frieden segnen. Das war die Botschaft von Jesus aneinander im Oktober 2016. Und Jesus hat sich zweimal, also 94, im Oktober 2016, aus einem Raumschiff runterprojektiert. Das heißt, wenn er kommt, kommt er mit einem großen Raumschiff, und zwar nicht mit einem, sondern mit mehreren. Und das kann sein, dass er erst kommt, wenn der Aufstieg des Sonnensystems sich verzogen hat. Und er kann sich sagen, dass er wieder zurückkommt, wenn der Sistema Solare sich erhöht hat. Grazie, ich bin mit fast allem einverstanden. Es ist etwas daran, was wir nicht wissen. Giorgio weiß, wie sie das wissen, es wird nicht erlaubt sein, dass die Erde zerstört wird. Aber ich weiß, dass noch Kriege sein werden, die die Menschheit zum Leiden bringen. Und dass eine Atombombe explodieren könnte. Und er betet, dass es nicht passiert. Er hofft, dass es nicht passiert. Hallo Giorgio, ich bin Francesco aus Taranto, Italien. Ciao, Giorgio. Ciao, Giorgio. Ich würde gerne fragen, ob du was über unseren Pater Pio uns erzählen kannst, über die drei Tage und drei Nächte Dunkelheit, was eigentlich angeblich in diese Zeit kommen sollte. Und er hat das Prophezeit zusammen mit unserer Dammus und andere große Seher. Das war's. Danke. Du kannst es auch in Italien sagen? Sì. Grazie. Giorgio, ich würde sagen, ob du etwas über den Pater Pio erzählst, über die drei Tage und die Nacht der Dunkelheit. Aber man sagt, dass Pater Pio profetizierte, dass Pater Pio profetizierte, also er machte eben profeziate, und das, was ich dir sagen kann, dass Pater Pio, das Pater Pio, das Pater Pio, das Pater Pio, das Pater Pio, von Gott gesandt, Christus gesandt war, als einen der letzten Botschafter, um unsere Kirche zu erneuern. Leider, ich bin froh, dass Pater Pio heilig gesprochen wurde, aber ich bin nicht froh darüber, dass man das Beispiel Pater Pio nicht befolgt. Denn wenn er lebte, wurde er zu seinen Lebzeiten verfolgt. Gli hanno messi i Mikrofoni nel Confessionale. Gli hanno messi i Mikrofoni dentro il Confessionale, dove confessare. Also in den Beichtstühlen wurden Mikrofone eingesetzt. E quindi, in einem Montieren. Però è stato, è un Santo, veramente. Er ist wirklich ein Heiliger. Santo Severo, però, eh. Aber ein strenger Heiliger. Perché chi ha conosciuto Pater Pio lo conosceva come Severo, non era tanto tempo. Und diejenigen, die Pater Pio kannten, sie kannten ihn als strengen Lehrer. Ich habe eine einfache Frage, und zwar, wird der Christus auch die Moslems richten? Una domanda semplice. Cristo judicherà anche i Musulmani. Cristo judicherà tutti, anche i Musulmani. Er wird alle richten, auch die Muslime. Aber er wird mit uns Christen viel strenger sein. Perché noi siamo andati in Africa, nel nome di Cristo, im Namen Christi e abbiamo distrutto le loro civiltà. Und wir haben ihre civilisationen zerstört. Noi abbiamo conquistato le terre. wir haben ihre Länder erobert. E con la croce è così. Und mit dem Kreuz so haltend abbiamo ucciso milioni di Indiani. Haben wir milioni von Menschen getötetet. Noi nel nome di Cristo abbiamo fatto la prima guerra, la seconda guerra, la terza guerra, la quarta guerra, la centesima guerra punica. Noi nel nome di Cristo abbiamo fatto le crociate. Wir im Namen Christi haben Kreuzzüge ausgeführt. E allora beati i Musulmani io l'invidio i Musulmani. Io i Musulmani l'invidio. perché noi i Christiani non saremo perdonati. Denn wir Christi non saremo perdonati. Loro sì. Ihnen schon. Perché noi dovevamo essere i Servi dei nostri fratelli. Denn wir sollten die Diener unserer Brüder sein. Die Musulmani sind Kinder Söhne des Krieges. Und noi siamo figli della pace e facciamo la guerra. Questa è la verità. Fa male ma è la verità. Das schmerzt aber es ist la verità. Entschuldigt, ich bin un wenig wie Johannes der Täufer. Dico la verità. Ich sage die Wahrheit. No, al fratello dico io non condivido la religione musulmana. Sono honesto. Ich teile nicht die muslimische religion. Non la condivido. teile sie nicht. Es gefallen mir schon einige Sachen daran, aber einige andere gefallen mir nicht. Aber ich teile auch nicht einige Sachen aus dem Alten Testament, wo Kriege sind. Ich invece amo alles 100% von Jesu Christus. Denn er ist die reinste manifestation der Liebe. Die reinste manifestation des Friedens. Quando quello ha alzato la spada, Pietro ha tagliato l'orecchio a quello che gli ha messo le manette a Gesù Christus. A quello che ha incatenato Gesù Christus. Pietro ha preso la spada e ha tagliato l'orecchio di quello che stava arrestando Gesù Christus. Pietro robb die hand und mit seinem Schwert schnitt das hohe vom Soldat e Jesus nahm das hohe vom Soldat e glielo rimette a poste und steckt wieder rein ans Kopf. Mohammed gli avrebbe tagliato la testa a chi l'avrebbe arrestato. Krishna gli avrebbe tagliato la testa Krishna hätte hingeköpft a chi l'avrebbe arrestato e allora così come sono severo con noi christiani devo anche dire che tutti un giorno devono realizzare tutte le religione tutti maestri religiosi che io rispetto alle spirituellen meister però tutti un giorno devono inginocchiarsi però alle eines tages solle sich nieder knien sotto la croce unter dem kreuz und die blutenden füße christi berühren und alle sollten sagen auch Krishna auch Buddha tutti alle Signore Herr grazie per averci salvato danke dass du uns gerettet hast mein name ist Veronica und du sprichst von der zweiten Wiederkunft Christi und du sagst der kommt körperlich zurück aber kommt er nicht auch durch uns alle zurück weil du parli della seconda venuta di christi ma fisica si fisica kommt er nicht a la signora lui non viene anche tramite noi weil es ist doch so als christus gestorben ist von seinem kreuz und wieder auferstanden ist alle letztlichen begrenzungen des menschen angenommen ha accettato tutte le limiti dell esistenza umana für uns obwohl er gott war oder der sohn gottes und ist dadurch ein bisschen von ihm ist doch in unserer seele in jeder seele von uns und wenn du von dem geld sprichst und von dem materialismus dann ist das etwas was wir glauben was uns trennt von gott deswegen brauchen wir das geld und den materialismus weil wir glauben wir sind getrennt wir brauchen etwas und wenn er spricht von dem geld dann ist das wir brauchen das geld weil wir Angst haben weil wir Angst haben dass wir getrennt sind aber wenn wir realisieren dass wir nicht getrennt sind weil jeder weil jeder von uns Jesus oder Gott in seiner Seele hat oder ein bisschen von ihm dann bedeutet das dass ich nur dich anschauen muss oder die Übersetzerin oder irgendjemand Allora significa basta che lei guarda te ti guarda und ich sehe Christus und vede in te vede Christus grazie anche ich auch ich sehe Christus in dir und wenn ich Christus in jedem hier sehe und se vedo Christus in ognuno qui presente dann sehe ich sein Körper der seine Kirche ist dann ich bin einverstanden und dann ist Christus sehr groß und dann ist er jetzt schon hier in uns allen Christus ist sehr groß und ist hier mit uns und er bin einverstanden aber er gibt uns die Ehre dass er auch persönlich wieder kehrt und du wirst glücklich sein das freut mein herz questo da gioia al mio cuore aber ich habe noch eine letzte frage noch eine domanda und Entschuldigung welche Rolle spielt Maria in dem ganzen für dich che rollo gioca Maria in tutto questo per te la madre celeste mi ha chiamato per andare a Fatima die himmlische mutter rief mich um nach Fatima zu kommen für mich ist die himmlische mutter der heilige geist sie rief mich um ihrem sohn nachzugehen und ich bin sehr devot und ein Diener Mariens ich spreche nicht viel darüber denn ich bin nicht würdig ich bin nicht rein genug um über die Mutter Gottes zu sprechen ich versuche ihr zu dienen und als ich sie gesehen habe wenn ich die Erscheinungen hatte schaute ich ihr nie direkt ins Gesicht ich sah ihr auf die Füße ich schaute ihr auf die Füße das ist für mich die himmlische Mutter Grazie Dankeschön Wenn die in der Bibel und der Geistlehrer verschiedene Aussagen eine Frage verschieden beantwortet wen kann ich glauben zum Beispiel von der Zeugung Jesus wenn diversi maestri sprechen von der verität religiöse wer kann glauben die Flamme ist nur eine Flamme und die Aspekte sind alle verschieden. Alle Religionen haben einen wahrheitlichen Grund, eine wahrheitliche Basis. Ich respektiere alle Religionen aber heute ist die Zeit gekommen, die Wahrheit zu sagen. Jesus Christus ist der Messias und nur er bringt uns die Erlösung. Wir danken unserer Existenz nur Jesus Christus von Nazareth. Also, es gibt nur Jesus Christus und das genügt. Die Aussage ist jetzt richtig. Die von der Bibel oder die von der Geistlehrer. Die von der Bibel oder die von der Bibel? Die von der Bibel. Die von dort aus geht die Basis. Und von da aus können wir dann auch alle anderen Religionen studieren und auch etwas teilen. Aber die Basis ist das Christus Evangelium. Danke. Prego. Christian. Die letzte Frage, bitte. Wir müssen so langsam schließen. Jetzt geht es, ja. Danke. Mit Zwilling bin ich der Letzte. Mein Name ist Vorletzter. Entschuldigung. Mein Name ist David. Ich habe heute gehört, dass die Liebe, die Liebe die einzige Möglichkeit ist, Frieden auf Erden zu bekommen. Ich habe heute, ich habe heute, dass das Liebe ist die einzige Möglichkeit, die Frieden auf der Erde zu finden. Und wie wir wissen, sind es nur wenige auf der Erde, die die Macht in der Hand haben. Und wie wir wissen, sind es nur wenige auf der Erde, die die Macht in der Hand haben. Und die sicherlich nicht dahingehend arbeiten, dass wir als Individuum einzigartig sein dürfen. Und ich möchte jetzt keine Namen hören. Oder Gruppierungen hören. Die schuld sind an dieser Fehl-Entwicklung. Die schuld sind an dieser Fehl-Entwicklung. Aber die Frage liegt darin, sind die Namen bekannt, die wenigen, die die Antichristen auf Erden sind. Ja, ich kenne die Namen dieser Menschen. Ja, dieser Antichristen. Und ich zeige diese Namen an, ich werde sie aussprechen. Und ich werde sein, ihr Ende ankündigen oder des Antichristen sein Ende ankündigen. Das ist die Wahrheit. Christus und seine Legionen werden den Antichrist zerstören. Ich habe sie kennengelernt. Ich kenne sie. Ich weiß, wer sie sind. Und ich habe keine Angst. Grazie. Vielen Dank. Vielen Dank. Mich irritiert jetzt diese Information. Er wird als strenger Richter kommen. Und ich bin irritiert von dieser Information, dass er als Judicial ist, um auszufiltern die guten und die schlechten. Dann wäre das ja umsonst gewesen. Ich kann dich mit einem Beispiel antworten. Er möchte dir mit einem Beispiel antworten. Wenn jetzt hier eine Person eintritt und möchte die Kinder töten, die hier anwesend sind und sie vergewaltigen und ihre Brust öffnen und das Herz herausreißen, was würdest du tun? Wenn du diese Frage, diese Antwort verstehst, dann wirst du verstehen, dass Christus als Richter zurückkommt. Wenn du das nicht verstehst, dann musst du noch eine Strecke, einen Weg gehen, einen langen Weg gehen, um dies zu verstehen. Weißt du, was ich in Palermo mache? Palermo? Sei, wo ist Palermo? Weißt du, wo Palermo ist? Ja, ich weiß, wo Palermo ist. Es ist die Weltstadt der Mafia. Ich mache dort den Antimafia-Journalist und zeige die Mafiosi an. Die Mafiosi in meiner Stadt haben in der Säure Kinder aufgelöst, haben schwangere Frauen ermordet, haben politische Politiker korrumpiert. Und wenn Christus nicht zurückkehren würde, würde die Welt ein unendliches Inferno bleiben. Ich wurde aufgehalten am Eingang Österreichs von der Polizei wurde ich aufgehalten. Ein schönes Mädchen die nach meinen Dokumenten fragte und ich fühlte mich glücklich und beschützt. Wenn hier ein Delinquent wenn da ein Delinquent gewesen wäre, der mich schießen wollte, der mich und meine Familie schießen wollte, deine Mitbürgerin, österreichische Mitbürgerin hätte die Pistole gezogen und hätte mich verteidigt. In welchem Sinne wird Jesus Christus als Judit in diesem Sinn kehrt Jesus zurück als Richter in diesem Sinn, den ich dir erklärt habe. Ich hoffe, dass ich dir das jetzt genügend und richtig erklärt habe. Ja, danke. Ich bin glücklich. Danke, Ciocio. Vielen Dank. Vielen Dank.